Das sagt ihr nur, weil euch die Hofabtrünnige der Kaiserin so gut gefällt. Wo kann ich da rein? Er fordert mehr Halla-Statuen. Scheiße. Hm. Wir können aber da hochklettern. Unauffällig, vor allem wenn da Leute sind, so ungefähr, äh, 20, und ich kletter da jetzt einfach hoch. Undercover. Ansehen bei Hofe. Die Erkundung zugangsbeschränkte Bereiche des Palast kann sich lohnen, aber entfernt dich nicht zu lange von dem Ball. Sonst wird es bemerkt und dein Ansehen bei Hofe sinkt. Ach so, jetzt habe ich auch noch Zeitdruck. Mehr Halla-Statuen. Scheiße. Lauschen. Muss aufpassen, nicht dass mein Hofe-Ansehen verliere. Der Kaiserin so gut gefällt. Es macht... Mal schauen, was da. Große Bibliothek. Okay. Das ist das Halla-Statue aufheben. Hier ist ja was. Eine Münze bestimmt, oder? Hier was zu lesen. Geheime Unterlagen zum Lesen. Das ist was für mich. So, jetzt kletter ich nochmal runter. Runter klettern. Jetzt gehen wir mal da rein, denke ich. Erstmal. Erfordert mehr Halla-Statuen. Böge Statuen. Drei. Ich habe eine. Moment, dann speichere ich hier drauf. Jetzt gehe ich hoch. Nicht, dass mein Ruf verliert, weil ich mich zu lange da aufhalte irgendwo. Genau hier ist das Geländer kaputt. Okay, gehen wir in die Bibliothek. Buch herausziehen. Florian. Das habe ich geöffnet. Untersuchen in Schrift. Der Pfeil der Zeit fliegt nur in eine Richtung. Seinen Weg weist. Und sie wegt nach vorne. Ah, da ist es jetzt zur Seite gefahren. Sollen wir hier Brief aufheben. Nachforschung. Halam. Shirah. Hinweise. Lady M. Ich brauche heute Abend an meiner Seite. Die unangenehmen Zwischenfälle im königlichen Flügel haben mir gezeigt, dass es im Palast keinerlei Sicherheit gibt. Auch wenn ich nicht damit rechne, dass mein Vetter Magie einsetzen wird, wäre ich doch nicht überrascht, wenn eine weitere Heimsuche und durch Dämonen herbeiführen würde. Da meine Hofverzauberin nicht hier ist, um mich zu unterstützen, muss ich mich gänzlich auf euch verlassen. Ich kann niemandem anderen mehr vertrauen. Selin. Okay. Ein Schleierfeuer. Was bringt mir Schleierfeuer? Ich verliere die ganze Ansehen. Das ist eine ganze Bibliothek, verdammt. Ich weiß nicht. Ist es normal, dass ich hier mal verliere, oder bin ich schon zu lange hier? Okay, aber es geht doch nicht viel schneller. Hier ist wieder was. In der Richtung. Gehe auf den Tisch, oder was? Geheime Dokumente mitnehmen. Da komme ich natürlich nicht rein, weil ich kein Schirke bin. Buch aufheben. Ich bin noch bei 60. 61. Skandalöse Rechtsdokumente. Okay, aber es bringt mir Schleierfeuer. Ja, was muss mir bringen, das Schleierfeuer. Da kommt noch ein Schurke rein. Kann ich da runterspringen? Soles, was geht ab, mein alter Freund? Jetzt habe ich schon alles mit dir. Hm. Vielleicht kann der Links aber... Der Fackel kann ja auch nicht herauslaufen mit dem Schleierfeuer. Na, schauen wir mal, ob ich da reinkomme, ob ich aber auch zu wenig habe. Nein, das geht. Das finde ich gut. Öffne dich schneller. Nachforschung. Alarm-Giral-Hinweise. Selin. Wir können die ganze Sache doch wie Erwachsene besprechen, oder? Wir beide wissen, dass die Waffe, über die Briala verfügt, nicht nur unseren, sondern jeglichen Krieg entscheiden kann. Ich denke also, ihr stimmt mir zu, dass das Kaiserreich sie kontrollieren muss. Briala stellt im Moment eine größere Gefahr für Allais dar als irgendwas anderes. Wenn wir beide zusammenarbeiten, können wir ihr die Kontrolle entreißen. Gebt euch nicht der irrigen Vorstellung hin, sie sei Opfer für Verhandlungen oder Diplomatie. Ihr kennt sie besser als jeder andere. Und ihr wisst, dass das ausgeschlossen ist. Gespaard. Das ist die Glocke. Ich sollte wieder in den Balsal zurückkehren. Entwarte, warum? Wie komme ich da hin? In dem Ballsaal soll ich wieder hier oder was, jo, großer Ballsaal, bin mal gespannt, was gibt es hier schönes. Von der gesegneten Andraste selbst, den Fängen des Nichts, entrissen. Was führt ein so erhabenes Wesen an den Hof, frage ich mich. Wisst ihr das überhaupt selbst? Wichtige Geschäfte. Ich bin in einer wichtigen Angelegenheit hier, die das gesamte Reich betrifft. Genau wie ich, wie es scheint. Ich bin Morrigan. Man könnte sagen, ich bin Kaiserin Zellenzberaterin in Arkanenfragen. Ihr wart heute Abend sehr fleißig. Habt alle dunklen Ecken des Palastes durchsucht. Vielleicht suchen ihr und ich ja dieselbe Beute. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Ich könnte noch eine Verbündete gebrauchen. Das sehe ich angesichts der jüngsten Ereignisse ähnlich. Der jüngsten Ereignisse? Ich habe in diesen Hallen kürzlich einen ungebetenen Gast entdeckt und getötet. Einen Spion aus Tevinters. Deshalb gebe ich euch das, Inquisitor. Einen Schlüssel, den er bei sich hatte. Wozu er dient, weiß ich nicht. Aber falls Zellen in Gefahr ist, kann ich sie nicht allein lassen, um es herauszufinden. Im Gegensatz zu euch. Nachforschen. Ist die Kaiserin jetzt sicher? Ihr habt Zellen alleine gelassen. Ist das klug? Ich muss gleich zu ihr zurück, aber sie ist in Sicherheit. Vorläufig. Nur ein Idiot würde sie in aller Öffentlichkeit attackieren. Vor ihrem gesamten Hochstaat und der kaiserlichen Wache. Warum beschützt ihr sie? Warum beschützt ihr Kaiserin Zellen? Seid ihr ihre Leibwächterin? Haha, sehe ich für euch aus wie eine Leibwächterin? Sollte Zellen irgendetwas zustoßen, würden sich alle Augen zuerst auf ihre okkulte Beraterin richten. Selbst wenn sie es besser wüssten. Das Wasser ist voller Haie und ich habe nicht vor, mich fressen zu lassen. Jetzt nicht und in Zukunft nicht. Warum habt ihr ihn getötet? Warum habt ihr den Spion getötet? Vielleicht hätte er nützliche Informationen gehabt. Ich hatte nicht vor, den Mann zu töten, aber er hat mich angegriffen. Warum? Vermutlich, weil ich ihn bei irgendetwas ertappt hatte. Ich wusste nicht, woher er gekommen war und bedauere nur, dass ich ihn nicht lebensdingfest machen konnte. Welche Ziele das Reich hier verfolgt, wisst ihr vermutlich weit besser als ich. Ich gehe der Sache nach. Ich sehe mir einige Türme an. Seid vorsichtig, Inquisitor. Hier wimmelt es von Feinden. Und nicht alle arbeiten für Tevinter. Was als nächstes kommt, wird sicher aufregend. Okay. Trophäenzimmer. Ersperrt. Kann ich da jetzt rein? Gesindelfert. Joa. Das sollte ich mir gleich mal ansehen. Was ist jetzt? Habe ich was falsch gemacht? Warum leh das auf einmal? der jetzt in einem anderen Bereich oder was ob ich wieder mein Hofding nicht nieder das ist mit einem Rüstung und Waffen auszulösten weg mit dem ganzen Mist ist das meine Heilungsbonus Felix und Zeit verteidigen verteidigen das war meine hat er gestern gleich wie immer so was hatte die an ist noch blöd das ist besser das war vielleicht blöd ok da hat sich nichts geändert Werkstatt Wertgegenstände Gesellschaftskleider vielleicht nochmal ich weiß es nicht Leiche untersuchen das müssen die Elfen sein die Briella's Leute suchen die alle tot hier ob es sich lesen soll egal weil etwas zu schnell wieder mal Miniaturspinnenrat da geht's raus, da wollen wir noch nicht raus sehr gut, habe ich mir auf die Fackel gestellt oder was das auch immer war dann ansehen ich werde hier ansehen ich darf nicht zu lange hier bleiben scheiße hier muss doch irgendwas sein zählen wir uns mal um tot alle tot alle tot hat noch jemand den Eindruck, dass dieser Kerl hier fehl am Platze ist? das Waffen der Familie Charlon Großherzog Gaspard wird sich für das hier verantworten müssen Zeit, dass ich mich mit dem Großherzog unterhalte das muss der Anführer der Venatori sein gut zu wissen so Kollegen das ist mir egal da 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 ich mach's ja alle kalt links oder rechts das gefällt mir nicht, ich weiß nicht wo er darf ich nicht viel Zeit verschwenden, das ist mein Problem hier Alles erledigt? Ja, sehr gut. Ich meine Ansehen bei Hof, das gefällt mir nicht. Gehen wir mal da lang erst mal. Ich glaube, wir haben mal zwei Gena rein. Hey, Kollege. Was treibt ihr hier so? Okay, die sind aber nur 15. Das ist ein bisschen schwach, finde ich. Ich muss ja echt alles abklappern, oder was? Ich brauche noch diese 15 Münzen. Noch ein paar Hallerstatuen. Ich verliere mal ein ganzes Ansehen. Alles scheiße. Alles scheiße. Wohin kann ich gehen? Öffnen. Öffnen. Verriegelt. Okay, da komme ich erst nicht hin. Okay, da geht es nicht weiter. Das heißt, vorher weiß ich, wohin ich kann. Da hinten, da. Hm. Irgendwann muss ich doch verdammt nochmal hin. Ich habe schon zehn Ansehen verloren. Was gibt es ja? Hala-Statue. Hala-Statue. Okay. Kann ich da irgendwo hin? Nein. Wieder weg hier. Da geht es ja irgendwo rein. Was gibt es hier vorne? Einfach nur eine Pflanze und das war es, oder? Jupp. Dann gehen wir da mal rein. Vorratslage. Das brauche ich erst mal nicht. Ja. Schluss. Ja. Todt alle? Medelikt noch. Jetzt ist er tot. Hey. So, wenn die so zerschmettert, zerbombt hier. Gewonnen. Komm, komm, komm. Gibt's hier was? Noch 55. Wahnsinn. 54. Hopplich kriegt Plus. Ganz viel. Nochmal. Irgendwann. Okay. Hier bin ich voll reingekommen, genau. Da geht's nicht weiter. Wohin geht's? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Adam? Das ist das. Vielen Dank.